Sind Sie Rabi Khaddam? Ja, das bin ich. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, wenn Sie nicht aufhören, diese Schilder in der ganzen Stadt aufzustellen, werde ich sauer. Ach ja? Was wollen Sie tun? Mich schlagen? Sie sind 100 Jahre alt. Und Sie, mein Freund, sind nur einen Meter groß. Herr Rosenberg, kommen Sie zum Schabbat. Schabbat? Das hier. Dad, ich hoffe, das seltsame Abenteuer, das du gerade erlebst, bringt dir Glück. Schweine züchten in Israel? Kannst du nicht Golf spielen wie jeder andere? Du hast mich rausgeschmissen, den Kontakt zu unserer Tochter abgebrochen und ignorierst unseren Sohn für deine lächerliche Schweinefamilie. Oh mein Gott. Du steckst wirklich in der Krise, oder? Verfolgen Sie mich? Nein. Haben Sie ein Date? Ich besuche das Grab meiner Mutter. Tut mir leid. Ich schreibe dir weiterhin trotz deines Schweigens. Bist du immer noch wütend über mein freimütiges Geständnis? Wie viel Zeit habe ich noch? Ein Jahr, Monique. Kinder sehen ihre Eltern nicht alt werden. Du wirst für deine Mutter sorgen, ja? Ein Hausschweig? Ein Rabbi-Freund? Die machen dich glücklich? Und diese Lone-Nance won't leave me alone. Ich glaube, ich werde schreien. Ich werde schreien. Muss man sich Freundschaft gestehen, wie man das bei der Liebe tun würde? Ich glaube schon, Harry. Aber mit Schweigen.